Hallo und herzlich willkommen zurück bei Timberborn bei den Eisenzähnen. Ja, wie ihr schwer erkennen könnt, habe ich irgendwie ein kleines Problem gehabt beim letzten Mal und mir ist es noch nicht mehr aufgefallen. Ich habe so schön gesagt, ja und hier ist alles schön grün und alles schön bewässert und hier und da und alles ist jetzt so toll, habe ich gesagt. Aber irgendwas ist schiefgelaufen und ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung was. Ich vermute, dass es mit dem Staudamm hier zu tun hat. Oh Gott, das ist eine richtige Sumpflandschaft geworden. Oh je, da muss ich mir mal ein Bild von machen. Ich kann meinen Staudamm gar nicht mal richtig sehen. Achso, ich sollte vielleicht die Dings wieder einschalten. Ich mache mal hier die Höhe runter. Dann fließt das Wasser ab. Es ist tatsächlich hier die Seite. Nein. Oh mein Gott. Also, ja, das darf man wohl nur machen, wenn gerade Dürre ist, was ja auch wunderbar funktioniert hat. Aber als die Dürre dann vorbei war, war es dann nicht mehr so schön. Ach du Schande. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das Bild gar nicht so schlecht bisher. Ich gucke mir das jetzt gerade mal so ein bisschen an. Also Wasser haben wir jetzt mittlerweile überall. Wir sind natürlich noch nicht ganz überall von der Karte her. Hier haben wir schon angefangen mit dem Bereich. Oben müssen wir auf jeden... Achso. Oh. Äh. Wie soll man denn das machen? Ich hoffe, das ist nicht tief im Wasser drin. Oh. Das ist, ähm, ja. Ich finde die Ansicht so schön, weil ich die Grafik so unheimlich toll finde, ehrlich gesagt. Der kann man auch ganz tolle Screenshots machen. Ähm, ja. Aber jetzt nicht Spaß beiseite. Fanatik beiseite sozusagen. Äh, da haben wir jetzt noch niemanden für. Und der Förster wird noch... Achso, der wird noch gebaut, aber das ist immer noch nicht frei gemacht hier. Die Sachen sind auch noch nicht gebaut. Ja, wahrscheinlich, weil sich jetzt keiner mehr dahin getraut hat. Oh je, oh je, oh je. Ähm, so. Bevor wir jetzt noch was überfluten, bleiben wir jetzt hier stehen. Und gucken mal. Wobei... Achso, wir haben jetzt hier keine arbeitslosen Biber, ja. Setzen wir mal. Moment. Eins, zwei. Ich muss jetzt auch mal ganz dringend hier die Rollern runter machen, sonst kann ich die Zahlen nicht mehr lesen. Eins, zwei. Einer ist im Dorf. Ja, sagen wir mal, zwei setzen wir rüber. Ähm, zum Distrikt 2, genau. Nicht zu den Ruinen. So. Dann haben wir immer noch keine. Aber nur, weil die noch auf dem Weg sind, oder? Es werden aber noch keine angezeigt. Hallo? Biber? Oder seid ihr jetzt alle am Arbeiten? Geht ihr jetzt gar nicht da rein, wo ihr eigentlich reingehen sollt? Achso, das... Ne, aber hier habe ich nur einen ausgewählt. Aber es kann wirklich sein, dass die jetzt hier noch am Arbeiten sind, dass die das jetzt gerade alles machen. Es sieht mir nämlich ganz so aus, weil die hier immer hin und her laufen. Obwohl, jetzt... Ne, jetzt geht es da rum. Äh, das ist aber keine, das ist keine, das müssen sie jetzt definitiv nicht machen. Ja, ich würde fast sagen, der Einfachheit halber, dass wir hier eine Strecke durchmachen. Ja, von mir aus auch bis da. So, Getriebe wird uns auch noch geliefert. Ja, dann würde ich trotzdem erstmal noch ein paar machen. Also, unsere Schlepper sind mittlerweile alle da. Das heißt, das füllen wir hier definitiv auf. Das war, genau, das war nochmal so ein... Wieso kriegt der eigentlich kein Getriebe und die liefern erst ins andere rein? Das finde ich aber nicht nett. Ähm, Bauarbeiterunterkunft. Habe ich, glaube ich, noch keine gebaut. Oder? Habe ich davon schon eine hier? Ich meine nicht. Die würde ich irgendwo am besten so ein bisschen... Ähm, ja, dann bauen sie da unten nicht mehr so. Aber das ist nicht schlimm eigentlich. Ich baue die jetzt einfach mal da oben hin. So, zack, bumm, aus, Affe tot. Ähm. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass wir immer noch recht wenig Holz haben im Vergleich. Obwohl wir jetzt so wahnsinnig viele Stellen mittlerweile angelegt haben. Aber ich schätze... Oh, dann... Oh, oh. Wir haben 29 obdachlose Biber. Wieso sagt mir denn hier keiner was? Ach, herrje. Ähm. Hm. Große Baracke. Das ist das, was da steht, ne? Dann könnte ich die kleinere nehmen. Und da drauf stellen. So. Ähm. Ähm. Ach so, Moment. Müssen wir aber von oben runter. Ne, dann... Nehmen wir das nicht. Nehmen wir da ein großes. So. Ne, das ist ja Schwachsinn. Brauche ich ja gar nicht nach oben. Das reicht ja, wenn ich das so mache. Dann so. Der ist dran, ja. Und dann die Treppen. Zack, zack. Und wenn ich meinen Mauszeiger wieder finde... Das Ganze verbinden. So. Das gerne auch mit... Ach so, da. Gerne auch mit Prio. Weil die brauchen wir. Okay, der wartet jetzt immer noch aufs Getriebe. Jetzt haben wir schon 42 Obdachlose. Obdachlose. Oh Gott. Äh. Dann müssen wir die mal... Nochmal 3 rüberschicken. Aber nicht zu den Ruinen, sondern Distrikt 2. Ah, jetzt... Jetzt kommt da oben einer. Na super. Okay. Der hat... Der hat das Wasser da drin. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, normalerweise ist das doch, wenn das Wasser da drin ist, dann macht er das hier grün. Ja, perfekt. Weil das ist natürlich so schön bei den anderen... Oh, ich wusste es. Bei den anderen Bibern. Aber hier anscheinend nicht so. Ich dachte, die sollen Damm bauen. Das ist doch kein richtiger Damm. Wenn er das da alles durchlässt. Hm. Deswegen hat ja auch ein bisschen Panik. Nicht, dass das jetzt hier überflutet. Aber gut. Das ist jetzt 7. Dann ist das bis hier. Wenn er jetzt voll wäre, wird es wahrscheinlich auf die Felder gehen. Ich weiß es nicht. Das System ist irgendwie ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Achso, das sind Schleuse. Ja, ich wollte gerade sagen. So. Blockiert Wasser, lässt aber bei Bedarf eine gewisse Menge durch einen Überlauf raus. Naja, gut. Aber es scheint sich auf jeden Fall hier in dem Gebiet aufzuhalten. Dafür macht er hier aber alles richtig schön grün. Die sind hier auch am Arbeiten wie die Blöden. Leider bekomme ich hier immer noch nicht meine Getriebe. Ich will meine Getriebe haben, damit ich hier weiterkomme. Und danach dann natürlich auch da meine Getriebe. Achso, die brauchen auch noch alle Getriebe. Eiei, also wenn wir mit der Getriebeproduktion dann endlich mal hinterherkommen, dann haben wir denn... Ne, irgendwie alle Planken, die wir haben, gehen sofort wieder raus, sehe ich gerade. Ja, dann lohnt es sich auch nicht, noch ein zweites zu machen. Man könnte jetzt theoretisch noch ein Sägewerk und dann ein zweites machen, aber nee. Wo wir übrigens gerade schon mal hier sind. Und ich weiß, wir haben das Teil noch nicht, aber... Achso, ja, das können wir jetzt aber auch noch nicht bauen. Und das brauchen wir nicht. Wir schalten das schon mal frei und natürlich auch die Fähnchen. Die brauchen wir hinten. Ja, perfekt. Die einzige Frage ist jetzt nur... Der braucht 250 PS. Das sind... Nein, das sind 360. Nee, das kriege ich niemals hin. Da hängen ja die anderen alle mit dran. Ach, das habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Die haben wir aber noch. Da weiß ich immer noch... Achso, das... Ne, ich wollte gerade sagen, muss das jetzt ins Wasser gebaut werden? Verbrennt Kraftstoff, um Energie zu erzeugen. Einzigartig für diese Fraktionen. Theoretisch könnte ich das aber... Der Anschluss ist hinten. Das ist natürlich doof. Die Frage ist jetzt auch, wie hoch ist der? Der ist quasi unten eben, ne? Dann würde ich fast sagen, dass ich den hier hin mache. Moment, das muss ich mir jetzt aber mal eben durchspielen. Dass ich den hier hin mache. Dann das auf jeden Fall noch erlernen. Das dann hochbaue. Ein kleines nehmen, um über die Straße zu bauen. Was macht der eigentlich an Leistung? Das war... 200 PS. Okay. Und der braucht 250. Na gut, da würden 50 mehr in der Linie mit drin hängen. Weil das Problem ist, den muss ich so bauen, dass der da halt mit dran hängt. Das ist ein bisschen blöd, oder? Moment. Ah, nein, muss ich nicht. Gibt ein bisschen weniger. Reicht das? Der hat nur 200, ne? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob das jetzt reicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht reicht. Und ich dann doch wieder alles abreißen muss und das verbinden muss. Das heißt, ich werde das definitiv mit da dran hängen. Aber natürlich... Jetzt muss ich mal gucken, wo war denn das jetzt hier? Natürlich so verbinden. Das kann ich vermutlich nicht direkt hier oben machen. Nein. Da hochbauen und... Das ransetzen. Moment, hä? So will ich das aber nicht haben. Ich will das so haben. Wieso wird das dann gelb? So, das würde ich jetzt erstmal sagen, lasse ich außen vor. Also ich weiß nicht, warum es jetzt gelb ist, weil es müsste eigentlich ja funktionieren, dass es so hoch geht. Das geht ja da rein. Also... Keine Ahnung, warum es gelb ist. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen es mal ausprobieren. Also ich habe das jetzt extra noch nicht zum Bauen reingemacht. Wobei das hier wirklich perfekt daneben passt, muss ich sagen. Also das ist schon krass. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Der hätte jetzt 150 gebraucht. Ja. Gut. Ich sag mal. Ach so. Moment. Hä? Ich sehe gerade was anderes. Das ist noch gar nicht gebaut worden hier unten. Äh. Wieso arbeitet der denn dann? Ich denke, der kann nicht arbeiten ohne... Der braucht gar keine... Jetzt bin ich leicht verwirrt. Habe ich mich denn hier vertan? Also der Grill, der braucht anscheinend gar keine Verbindung. Das heißt, wir haben hier 360. Ähm. Die 50 sind glaube ich das, was der jetzt nimmt, ne? 220. Das sind genau 300. Ja. Das sind genau 300. Was habe ich gesagt? 360 meine ich haben wir insgesamt. Dann gleicht der das auf jeden Fall aus. Also das, ja. Das definitiv. Das ist übrigens eine sehr schöne Erfindung hier, dass man da so durchlaufen kann. Ich finde das klasse. Okay. Ja. Jetzt müssen wir aber überall noch mal so ein bisschen gucken. Moment. Der hat hier nichts zu tun. Ja. Weil der immer noch nicht verbunden ist. Äh. Der sollte eigentlich nur die Tür freigemacht bekommen. Ähm. Wir haben uns wieder zu viel mit irgendwelchen Sachen aufgehalten, mit denen wir uns lieber nicht hätten aufhalten sollen. Jetzt muss ich hier mal eben schauen. Hier haben wir 1, 2 Wasserbehälter. Gut. So viel Pumpen haben wir ja eh nicht hier. Ja. Das heißt, ich mache den Bereich auf jeden Fall erstmal mit Bäumen zu. Dann mache ich da oben vielleicht noch so ein Wasserding hin, wie da hinten. Das wird dann so um sich rum so ein bisschen. Also vielleicht hier hinten irgendwie. Ähm. Das würde dann hier unten aber theoretisch mitbewässern. Ja. Das geht nämlich immer wieder ein bisschen zurück. Und dann doch wieder. Und. Okay. Dann. Brauche ich aber einen Dann, ne? So. Ich baue das aber lieber ein bisschen zu. Weil das eben so ein bisschen komisch war. Dann das Ding da drauf. Aber richtig rum. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, es reicht, wenn ich da jetzt quasi die Treppe hochbaue. Da müsste der normalerweise direkt da dran kommen. So. Ich denke mal, hier fehlen wirklich überall nur noch die Getriebe drin. Ja. Ach, ich hätte vielleicht auch mal einen Speicher höher machen sollen. Dass mehr Getriebe überhaupt da reinpasst, das wäre vielleicht für ein Vorteil gewesen. Aber naja, gut. Da braucht der Holz für. Das ist okay. Hier unten ist er auch schon fleißig dran. Ach so. Hier sollte ich vielleicht dann auch in einem mal den Bereich einstellen. Eigentlich möchte ich hier oben den Bereich auch haben. Der aber noch gar nicht gebaut ist nebenbei. Aber dann brauche ich das wenigstens nicht. Kann ich das nicht vergessen. Wobei, ich mache mal den Bereich hier ein bisschen größer. Ich weiß nämlich nicht genau, wo ich noch alles die Bäume hinpflanzen werde. So. Dann. Läuft das hier eigentlich schon mal perfekt. Nur, dass die hier halt nicht weiterkommen. Weil, ja. Moment. Wieso Kartoffeln? Ach so. Kartoffeln ernten. Nee, Moment. Hä? Ach, die ernten hier unten mit, oder wie? Ja, das wäre geil. Auch nicht schlecht. Wobei, hier können wir tatsächlich mal überlegen. Weil wir hier noch was Platz haben. Dass wir da noch weitere Kartoffeln anlegen. So. Haben wir zumindest ein bisschen was noch. So. Ja. Und wie immer hängt alles am Getriebe. Ach so, das ist nur, weil das hier hinten grün geworden ist. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwas... Irgendwas war jetzt gerade seltsam. So. Den einen haben wir hier auch schon mal gebaut. Das ist sehr gut. Beim zweiten... Ja gut, da meckere ich jetzt nicht, wenn da erstmal das Getriebe hinkommt. Was brauchen wir da eigentlich für? Metallblöcke. Ähm... Das ist geil. Weil die Metallblöcke bekomme ich hier durch den Schredder. Och, das habe ich jetzt clever gemacht. Eiei, ei. Ich mache den mal als zweite Priorität. Das ist jetzt tatsächlich ziemlich blöd. Ähm... Ach so, das habe ich jetzt hier mit dem Tor extra getrennt. Genau, das war das. Ja, dann würde ich sagen, dass ich denen... Was brauchen die denn? Holz und Planken liefere. Guck mal eben hier. Sind ja nur 300. Also mache ich mal Holz 50, Planken auch 50. So. Wasser. Ja, können sie von mir aus 100 haben. Und... Beeren auch 100. Das ist okay. So, das einzige... Ach so, ist jetzt gerade Dürre. Wobei... Da hinten fließt das Wasser. Bin ich echt am überlegen gerade. Ich werde das schon mal vorbereiten, dass ich da eine Pumpe hinbauen kann. So, das heißt dann aber, ich hoffe, wir haben hier noch ein paar Routen. Okay, die Hälfte der Routen haben wir noch. Dass wir dahin... Bären liefern. Weil die haben sie im Moment noch nicht. Dass wir dahin... Dass wir dahin... Planken liefern. Und dass wir dahin... Holz liefern. So. Wobei ich mir das gerne dann auch hier... Hinmachen würde. Wenn ich den da öffne... Geht das da hinten rum. Okay. Da könnte ich theoretisch ja jetzt nämlich schon hinbauen. Sehe ich gerade. Dann... So. Und einmal Treppchen runter. Das auf jeden Fall dann Priorität. Ich hoffe, aber das sieht gut aus. Ja, das ist noch gelb. Dann würde ich das nämlich definitiv auch mit Priorität abreißen. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ich mache das mal mit zweiter Priorität. Und mache das mal mit erster Priorität. Beziehungsweise... Das mit zweiter und das mit dritter. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob die über diesen Damm drüber laufen können. Das ist gerade mein Problem. Ähm... So. Die haben mir hier schon mal was geliefert. Das heißt, wir haben ja wahrscheinlich auch wieder jede Menge Obdachlose, ne? Wir sollten vielleicht mal die Produktion ein bisschen einstellen. Ähm... Ja, im Moment... Ja, im Moment... Ich weiß nicht. Ich will es ungerne einstellen. Ähm... Weil lieber obdachlos, als dass sie verhungern. Wobei... Naja, gut. Sie werden dann immer mehr, ne? Das ist dann vielleicht auch nicht so günstig. Also, ich mache mal zwei raus. Achso. Und ich mache... Äh... Eins... Zwei... Drei... Machen wir mal vier... Machen wir mal vier... Bemerkt auch einer der letzten Sachen sein, die ich jetzt heute noch mache. Weil ich muss nämlich gleich dringend los. So... Aber das will ich jetzt noch eben in dieser Folge wissen. Ja, perfekt. Die haben nämlich jetzt auf der Seite angefangen. Ich kann es jetzt hier leider... Achso, doch, der ist jetzt hier am Schlafen. Ist das dein Ernst? Die fleißigen Biber. Oh nö, jetzt ist er weg. Ich wollte gerade ein Bild davon machen. Hallo, Biberchen. Komm nochmal zurück. Nochmal zum Abschluss. So nach dem Motto, wir brechen alle Dämme. Los. Wo ist er? Hallo. Da kommt er. Da kommt er. Schnell. Lauf. Wer geht da gar nicht hin, oder? Ach, der ist da hinten am Arbeiten, oder was? Dann mach das jetzt als Priorität. So. Ha. Ach, jetzt habe ich zumindest ein Bild davon gemacht. Auch wenn das Bild jetzt scheiße geworden ist. Vorher war das viel besser. Naja, gut. Okay, dann haben wir hier aber zumindest schon mal das Wasser ein bisschen freigeschaltet. und bin gerade am gucken, von wo das jetzt eigentlich kommt. Da hinten. Ach so, wir haben jetzt Dürre. Deswegen sehen wir das jetzt hier gar nicht, weil das ist hier jetzt noch. Ich glaube, das kam von hier hoch, also beziehungsweise runter. Ja, so oder so. Das sollten wir aber auch mal mit Priorität bauen. So, so oder so werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal die Folge hier beenden. Ich mache hier mal eben Pause. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz stolz, auch wenn es teilweise ein bisschen holprig ist, was wir hier schon alles geleistet haben. Jetzt sind unsere fleißigen Biber hier im Außenbezirk auch am rüberbauen. Das heißt, ähm, ach nee, das habe ich unten, wollte ich das hinbauen, ne? Das habe ich, glaube ich, auch schon, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das muss, ah ja, das hatten wir nicht freigeschaltet. Ha, 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 genau. Ich wollte gerade sagen, das muss ich aber definitiv machen. So, ja, dann können wir nämlich auch unser erstes Altmetall, beziehungsweise die Ruinen sind es, ja, aber eigentlich ist da ja, glaube ich, irgendwie Altmetall oder so drin, können wir dann auch in der nächsten Folge hoffentlich schon abbauen. Und dann schauen wir hier mal, dass wir hier auch ein bisschen Versorgung reinkriegen. Ich meine, der Fluss geht dann auch hier durch. Das haben sie jetzt natürlich dummerweise falschrum abgemacht. Aber gut, da kann ich noch eine Brücke drüber bauen, das ist nicht das Problem. Und dann machen wir hier auch so eine kleine Selbstversorgerstation rein, dass die mir hier nicht sterben. Also sprich, Wasser wird hier hingestellt, es wird eine Baracke hingestellt. Am besten hier oben drauf, denke ich mal. Und auf jeden Fall auch noch ein bisschen Platz, dass wir dann noch Holz machen können. Mit einem Holzfäller natürlich auch. Und dann können wir hoffentlich, ja, ich weiß nicht, ob es in der übernächsten Folge schon klappt, aber hoffentlich ganz, ganz schnell auch Dynamit herstellen, damit wir das Ganze so machen können, wie wir es denn auch wirklich gerne hätten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass die Karte irgendwie so geil ist. Gerade mit diesen ganzen Dämmen, die man da noch kaputt machen kann, wo dann das Wasser auch wirklich schon fließt, dass wir quasi fast gar nicht viel machen müssen, glaube ich, mit dem Dynamit. Außer vielleicht so ganz tief noch ins Innere reinzukommen. Können wir da mal schauen. Aber es ist ja auch der Spaß, dass man sich das Ganze freischalten kann und so. Deswegen, dafür haben wir jetzt, dafür, dass es eigentlich etwas schwieriger ist mit den Eisenzehen, finde ich persönlich, weil doch sehr viele Sachen anders sind und wegfallen, dafür wieder andere drin sind, die aber nicht ganz so komfortabel zum Beispiel sind, siehe, dass wir zum Beispiel keine Windmühlen haben. Abgesehen davon, dass das ein bisschen schwieriger ist, finde ich den Ausgleich mit der Karte ziemlich gut, weil die ist für mich persönlich, ehrlich gesagt, im Vergleich leichter. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.